Das Problem der Anfeindungen in Corona-Zeiten, das kennt mein heutiger Gast, Pater Albert Seul, Rektor der größten Wallfahrtskirche in Rheinland-Pfalz, in Klausen in der Eifel, sicherlich auch. Sie waren vor Kurzem noch bei Herrn Herrich im Restaurant. Was sagen Sie zu dem, was er sich da aussetzen muss? Also unmöglich. Es ist ein Mann, der sich einsetzt für die Region. Im Film hat man es gesehen, der sich einsetzt für seine Mitarbeiter, der auch Normalität bieten möchte und dafür angefeindet wird. Das finde ich unmöglich. Wie gehen Sie mit solchen Anfeindungen um? Ich glaube, in der Wallfahrtskirche haben Sie das Problem ja auch ab und zu. Manchmal schon. Wir kriegen manchmal blöde Kommentare, Posts etc. Ich sage mal, ich habe einfach ein dickes Fell. Ich habe ein dickes Fell mir anwachsen lassen, anonyme Briefe zerreiße ich grundsätzlich. Auch das an alle Freunde, die, sage ich mir, einen anonymen Brief schreiben. Das Porto ist vergebens, er wird zerrissen und landet im Papierkorb. Weil das tue ich mir nicht an für meinen Seelenfrieden. Dann können wir nur hoffen, dass auch Herr Herrich wieder seinen Seelenfrieden findet. Das hoffe ich. Und zum Glück hat er ja auch viele gute Gäste an dieser Stelle. Und bevor wir jetzt auch mal gemeinsam einen Blick auf Ihr Jahr 2021 werfen, gucken wir uns mal kurz an, wie das Jahr gelaufen ist. Und eins können wir, glaube ich, an der Stelle schon mal festhalten. Es war zumindest ein bisschen besser als 2020. Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Klausen mit Masken und Abstand. So war Allerheiligen 2021. Immerhin durften dieses Jahr überhaupt wieder Gläubige kommen, gemeinsam ihrer Verstorbenen gedenken und bei der anschließenden Gräbersegnung dabei sein. Das war im Jahr zuvor noch anders. Da hielt Pater Albert die Segnung ganz alleine ab. Bloß keine Menschenansammlungen, auch nicht auf dem Friedhof. Dabei ist es doch genau das, was er so liebt. Die Nähe zu den Menschen, zu seiner Gemeinde. Und das hat er sich nicht nehmen lassen, die ganze Corona-Zeit hindurch. Ob Open-Air oder Online-Gottesdienst, Pater Albert findet immer einen Weg, um für die Menschen da zu sein. Wie war der Weihnachtsgottesdienst in diesem Jahr bei Ihnen? Eigentlich gut. Also grundsätzlich waren weniger Leute da. Die Leute trugen Masken und so. Aber grundsätzlich, sage ich mal, war es schön, war es feierlich. Und die, die gekommen sind, die kamen zum Feiern. Wir haben ja gerade auch vor der Sendung schon ein bisschen reden können. Ab und zu haben Sie ja auch Impfverweigerer, Maskenverweigerer bei Ihnen in der Kirche. Wie gehen Sie damit um? Ja, es ist schwierig. Wir versuchen zum Beispiel mit dem Ordnungsamt zusammenzuarbeiten. Wir versuchen mit dem Bistum zusammenzuarbeiten. Ja, wir versuchen zu überzeugen. Es ist nicht immer leicht, weil gerade ja der Empfangsdienst in der Kirche von Ehrenamtlichen geleitet wird und geleistet wird. Dankbarerweise, wir sind sehr dankbar. Und die haben natürlich gewisse Ängste. Sind denn diese Menschen überhaupt noch erreichbar? Versuchen Sie noch den Dialog? Ja, also ich habe schon oft mit denen geredet. Es ist nicht immer leicht. Also ich bin ja, stehe für den Dialog. Ich stehe dafür, dass wir Brücken bauen. Dafür stehen wir auch in der Wallfahrtskirche Klausen. Also das ist mir ganz wichtig. Aber natürlich, eine Brücke hat auch immer einen Standpunkt. Den habe ich auch. Ja, das Schwierige ist, glaube ich, auch der Graben, der durch manche Familien geht in Sachen Corona. Wie kann man da helfen? Wie kann man da Brücken bauen? Das ist natürlich schwierig. Da haben Sie recht. Also ich denke, es ist gut, dass man trotzdem Standpunkte hat und dass beide Seiten auch Standpunkte äußern. Aber es gibt ja noch andere Themen als Corona, hoffe ich, in einer Familie. Und das ist zum Beispiel auch für mich ein Rezept, wie ich eigentlich sehr gut durch dieses Jahr gekommen bin, dass ich mich nicht immer nur auf Corona fokussiere, sondern versuche, auch mehr zu sehen. Und das hilft. Sind Sie denn auch ein bisschen Corona-müde, kann man das so sagen, nach jetzt fast zwei Jahren? Sag mal, ich wäre froh, wenn es vorbei wäre, auf jeden Fall. Also wenn wir wieder mehr Normalität haben könnten. Aber ich habe trotzdem immer noch Ideen. Aber wo schöpfen Sie dann die Kraft, um weiter durchzuhalten? Also ich sage mal, als gläubiger Mensch kann ich sagen, da gibt es jemand da oben. Das ist der eine, das Wichtigste natürlich. Ich habe ein Umfeld, das mich trägt. Meine Tiere, mit denen ich zusammenlebe, die mir immer Kraft geben. Natürlich Freunde, Familie, Mitbrüder. Ich habe einen ganz tollen Mitbruder, mit dem ich zusammen im Pfarrhaus eine kleine Gemeinschaft bilde. Und ich denke, das sind so meine Kraftquellen. Was sagen Sie denn Menschen? Denn Kirche ist ja auch Seelsorge, die verzweifelt zu Ihnen kommen, die einfach mehr als nur müde sind. Wie können Sie denen helfen? Also ich glaube, manchmal ist es gut, dass man auch einfach zuhört. Das ist immer gut. Zuhören ist ja immer schon mal ein erster Schritt. Und sie nicht auch verurteilt. Das ist natürlich auch ein Problem heutzutage. Das sehe ich schon, dass Menschen mit ihren Bedenken, Befürchtungen, Depressionen, Müdigkeiten ja gar nicht mehr so zu Wort kommen können. Und ich glaube, die sind einfach schon mal froh, wenn sie einfach mal was sagen können. Und was nehmen Sie eventuell auch Gutes mit aus diesem Jahr 2021? Also ich nehme sehr viel Gutes mit. Also Begegnung mit vielen Menschen. Eben zum Beispiel seelsorgliche Begegnungen, die mir auch trotzdem immer wieder helfen. Gottesdienste, die wir feiern konnten. Auch noch mal jetzt ein tolles ehrenamtliches Team, das sich in der Krise super bewährt hat, sowohl bei den Gottesdiensten als auch bei unserem Kulturprogramm. Muss ich sagen, das sind alles Dinge, die mir Kraft geben, die mich auch optimistisch in die Zukunft blicken lassen. Dann hoffe ich, dass 2022 wirklich ein Jahr ist voller Zuversicht, Hoffnung und viel Gemeinschaft. Und dass Sie so kraftvoll bleiben, wie Sie immer den Eindruck machen auch. Und dafür schenke ich Ihnen auch unseren Landesschau-Tischkalender für das kommende Jahr, um gute Momente festzuhalten. Danke für den Besuch. Pater Albert Soll. Ja, Dankeschön.